Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserem wundervollen NumPy Tutorial. Heute schauen wir uns noch ein bisschen an, wie man verschiedene Vektoren etc. und auch Matrizen miteinander kombinieren kann. Und vielleicht auch mit sich selbst kombinieren kann, weil wir vielleicht einfach wiederholende Vektoren haben. Und ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Okay, wie machen wir das? Was genau wollen wir überhaupt machen? Nun, zunächst einmal, wir haben das hier gegeben. Wir haben zwei Vektoren, 2, 4 und 6 groß, 1, 3 und 4 groß. Und ja, nutzen natürlich NumPy und wollen nicht diese wissenschaftliche Schreibweise haben. Und hier drinnen sagen wir dann einfach, okay, wir hätten ganz gerne diese Vektoren miteinander verbunden. Jetzt gibt es zwei Arten, die zu verbinden, nämlich einfach übereinander zu schreiben. Dann haben wir eine Matrix, die zwei Zeilen hat und drei Spalten. Oder wir machen es andersrum. Wir nehmen diese Vektoren als Spalten und haben dann eben drei Zeilen und zwei Spalten. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Wir können das machen mit einem NP.RowStack von, naja, Achtung, wir brauchen hier ein Tuple drin. Das ist ein bisschen komplizierter als man es bräuchte. Und zwar ein Tuple mit den beiden Vektoren drin. Das heißt, die Klammern außenrum, also das hier bis da, das sind die Klammern, die für die Funktion sind. Und das hier innen drin sind nochmal extra Tuple-Klammern. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann bekommen wir das hier. Wir stacken sie sozusagen übereinander. Also quasi auch in der Reihenfolge, die wir hier angegeben haben. Und zwar als Reihen. Die Vektoren werden als Reihen betrachtet. Geht natürlich auch andersrum. Wie gesagt, wenn wir hier WV machen, dann ist es natürlich von der Reihenfolge anders. Wir können sie aber, wie gesagt, auch andersrum stacken, indem wir hier einfach sagen, okay, wir stacken die jetzt als Spalten. Das nennt sich dann eben ColumnStack. Achtung, nur einmal Stack schreiben. Und das sieht dann so aus. Und dann habt ihr natürlich hier ein 1, 3, 5. Das ist der hier. Das ist der W-Vektor. Und 2, 4, 6 ist der V-Vektor. Ja, und damit habt ihr eine 2x3 bzw. 3x2-Matrix, je nachdem, welches von den beiden ihr benutzt. Super gut. Aber es geht natürlich noch weiter. Wir können natürlich auch sie selber miteinander stacken. Also wir können hier auch sagen, W, W, W. Das hat nichts mit dem World Wide Web in diesem Fall zu tun. Sondern etwas mit dem Stacken dieses Vektors. Und zwar 3x. In dem Fall als Column. Das heißt 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Wenn wir es als Row machen, dann dürft ihr mir mal sagen, was dabei rauskommt. Und das mal irgendwo reinschreiben. Quasi als kleine Übung. Und natürlich geht das auch mit Matrizen. Indem ich hier zum Beispiel einfach eine Matrix habe, die hier eine Zeile mit 1, 2. Und dann noch eine Zeile mit 3, 4 hat. Und ja, wir benutzen jetzt einfach diese Matrix hier fast identisch zweimal. Wir nehmen noch eine Matrix B rein. Und die hat die Werte 5 oder 6, 7, 8 und 9. So, und die beiden zu stacken, naja, das funktioniert auch einigermaßen. Wir können es ja einfach mal mit den Funktionen probieren, die wir oben benutzt haben. Und zwar RowStack von A, B. Was wird wohl dabei rauskommen? Oh nein, ich weiß es gar nicht. Okay, ich weiß es wirklich nicht. Es kommt ein Fehler raus, weil ich die Klammern hier vergessen habe. Das war natürlich Absicht, um eure Aufmerksamkeit zu testen. Nein, natürlich funktioniert das hier. Und zwar 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Wir stacken quasi die Rows. So, wir können natürlich auch die Columns stacken. Das ist klar. Achtet, wie gesagt, immer darauf, dass wir hier Tuples haben. Und dann haben wir hier das Ganze als Column gesteckt. Also 1, 2 ist dann, beziehungsweise 1, 3 ist dann sozusagen nach unten hin. Und 2, 4 ist hier. Und das hier wird als neue Spalte interpretiert. Und zwar haben wir hier 6, 7, 8, 9 hier unten drin. Achtet aber darauf, dass die Dinger miteinander verbunden werden. Das bedeutet, wenn wir hier 1, 2, 6, 7 haben, dann ist das nicht irgendwie eine Liste aus Listen oder sowas. Sondern 1, 2, 6, 7 sind in derselben Liste auch dieselben Elemente. Also quasi ohne extra Unterteilung nochmal. Da wird kein Unterschied hierbei gemacht. Okay, im Endeffekt könnt ihr das Ganze auch mit Concatenate machen. Das zeige ich euch auch nur ganz kurz. Concatenate und zwar von A und B zum Beispiel. Das können natürlich auch Vektoren sein, ist klar. Und dann könnt ihr hier die Achse angeben. Also zum Beispiel Axis gleich 1. Dann passiert das hier. Dann passiert nämlich genau dasselbe wieder. Also im Endeffekt 1, 2, 6, 7. Das ist im Endeffekt das, was wir gerade mit den Columns gemacht haben. Oder wenn ihr die Achse auf 0 setzt, bekommt ihr das Ganze natürlich als Spalten. Achtung, was passiert, wenn ihr die Achse auf 2 setzt? Das wird nicht funktionieren, weil ihr eigentlich diese 2 Achsen, also 3 Achsen, man fängt ja bei 0 an, nicht unterstützt von Natur aus von diesen Arrays hier. Oder von den Arrays von NumPy. Was passiert aber, wenn ich das so mache? Dann habe ich ja eigentlich meine 3 Dimensionen. Und dann kann ich natürlich auch hergehen und das Ganze so stacken. Das funktioniert dann wiederum. Dann stacke ich quasi wieder hier in dieser Ebene hier. Also quasi als hätte ich davor Columns gemacht. Das heißt, wenn ihr mit größeren Objekten arbeitet, ist das vielleicht die intuitivere Schreibweise. Dann wisst ihr, auf welcher Ebene ihr die stackt. Hier stackt ihr sie quasi auf der allerobersten Ebene. Das heißt, ihr habt einfach hier quasi eine Matrix und hier unten nochmal eine Matrix jeweils separat nochmal als Dimension hinzugefügt. Wenn ihr das mit 1 macht, dann geht ihr schon 1 rein. Das heißt, ihr benutzt diese Matrizen und stackt die. Und wenn ihr noch 1 weiter reingeht, dann geht ihr wirklich in die Listen rein und stackt die miteinander. Das ist im Endeffekt der Zauber von Concatenate. Okay. Und ja, das kann ich natürlich, wie gesagt, für alles beliebig machen. So, manchmal bin ich auch einfach nur ein fauler Mensch und deswegen möchte ich euch das noch zusätzlich sagen, weil ich das vielleicht in den nächsten Videos benutzen werde. Nehmen wir an, wir haben einen kleinen Vektor. Ja, sagen wir einfach, wir nehmen A hierbei. Und wir wollen jetzt, beziehungsweise lasst mich das hier nochmal ganz kurz verändern, so dass wir nur noch eine Dimension hier drin haben. Und zwar, ich möchte A mehrere Male verwenden. Also quasi A mit sich selber stacken. Klar, ich kann das mit den Stacken machen. Also ich kann quasi hier sagen, np.rowStack. Ja, das geht schon. Aber wenn ich das wirklich häufig machen möchte, dann nervt mich das. Und manchmal möchte man einfach nur auffüllen, vielleicht mit Nullen oder sowas. Dann ist das schon ein wenig doof. Was man dann macht, ist, man teilt das Ganze. Das heißt, wir sagen hier np.tile. Und ja, teilen sozusagen hier einmal A in einem gewissen Format. Ich sage jetzt hier einfach mal 2,3, dann wird es nicht allzu riesig. Aber man kann trotzdem was erkennen. Und das sieht dann so aus. Wir haben im Endeffekt die Matrix A, die besteht aus 1, 2, 3, 4. Haben wir zweimal nach unten hin. Also diese 2 hier steht quasi für nach unten. Haben wir zweimal untereinander gehängt. 1, 2, 3, 4. Das ist die erste Matrix, 1, 2, 3, 4. Das ist die zweite Matrix, die wir nach unten gesetzt haben. Und dreimal nach rechts. Das heißt, im Endeffekt benutzen wir dieses Element sechsmal. Also einmal hier diese vier, dann diese vier, dann diese vier, dann die vier, die hier und die hier. Wir benutzen A sozusagen sechsmal. Wenn ich jetzt hier natürlich 100 mal 100 angebe, dann benutzen wir es natürlich ungefähr 10.000 mal. Und dann wird das dementsprechend eine riesige Matrix, die ungefähr so aussieht. Also es wird mit Punkt und Punkt in meinem NumPy abgekürzt, damit man es noch einigermaßen lesen kann. Deswegen lasst euch da nicht verwirren. Aber ja, das ist tatsächlich eine sinnvolle Variante, wenn ihr eine Matrix sehr häufig verwenden wollt. Okay, jetzt noch etwas aus der Praxis, was wirklich häufig verwendet wird. Und zwar, wenn ich, sagen wir einfach mal, das Problem habe, ich möchte mit Nullen auffüllen. Ja, dann haben wir natürlich hier sowas wie ein Result oder sowas. Und das wird eine gewisse Größe haben. NP.zeros mit einer gewissen Größe, nämlich der Shape. Sagen wir einfach mal 50, 50. Okay. Und hier drin möchte ich jetzt allerdings mein A haben. Und der Rest soll quasi mit Nullen aufgefüllt sein. Dieses Padding wird häufiger mal verwendet. Deswegen zeige ich euch das nochmal extra. Und das geht eigentlich super einfach. Denn wir können hier wirklich sagen, Res von einer gewissen, naja, einem gewissen Ort sozusagen. Das heißt, von dem Startpunkt bis hin zu A Punkt, ähm, A Punkt Shape. Heie, ey. A Punkt Shape von, das Ding hieß doch A. A Punkt Shape von Null. Und wir gehen bis, äh, ja, jetzt weiß ich, warum es ein Problem hatte. Hier ist nämlich ein Komma, das da nicht hin sollte. Und wir gehen bis Anfang, bis A Punkt Shape von Eins. So, was machen wir hier mit? Naja, wir setzen das Ganze auf die Matrix A. Und damit haben wir hier quasi die Matrix A eingefügt, wo sie davor nicht war, in unsere Nuller Array sozusagen. Und wenn wir das laufen lassen, achso, dann haben wir erstmal ein Problem, ähm, weil A ist eine Liste. A ist kein Array. Ja, das ist richtig, ähm, ups. Np.array meine ich natürlich von A. Wieso habe ich das nicht als Np.array gemacht? Egal. Es funktioniert auch offensichtlich mit einer Liste. Das ist gar kein Problem. Und wenn wir das hier so machen, dann haben wir hier auch keine Probleme mehr. So, aber trotzdem müssen wir A noch ausprinten. Print A. Gut, dass ihr es mir, oder dass mir der Compiler das gesagt hat. Sorry, das war natürlich die ganze Zeit als Np.array gedacht. Und damit haben wir automatisch quasi, ja, ähm, wenn ich das richtige Array wenigstens ausgeben würde, ähm, dann haben wir automatisch hier A oben eingefügt, also quasi bei 0, 0, 1, 2, 3, 4 haben wir es eingefügt. Der Rest ist aufgefüllt mit 0 nach rechts, mit 0 nach unten und, ja, wir haben sozusagen eine Größe 50-50, ähm, mit einem A exakt an diesem Ort. Und natürlich könnt ihr ja auch mit Einsen arbeiten, wenn ihr damit ausfüllen wollt. Denn manchmal braucht man für Matrizen auch diese, äh, Einser überall, damit man einfach einen geraden Wert hat. Das geht durchaus. Ja, ähm, also alles in allem, ihr könnt da natürlich sehr, sehr flexibel damit arbeiten und damit auch wirklich schön reshapen und die jeweiligen Elemente da einbauen, wo ihr sie braucht. Ja, und das war's mal wieder von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.